Nun bringt das Ross mein Leib hinaus, fernab von Hof und Stadt und Haus. Es gab verschiedene Begräbnisstufen, welche über die Gestaltung der Kutsche entschieden. Auf der Kutsche sind umgedrehte Fackeln, welche für das Erlöschen des Lebenslichtes stehen. Nach der Reformation wurden die Friedhöfe aus der Stadt ins Umland verlegt. Daher kamen die Kutschen in Einsatz, um die Verstorbenen zu transportieren.